Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge des FIFA Team Guides von mir. Ja und heute, wie man es hier schon sehen kann, geht es um das zweite deutsche Team. In der ersten Folge war es ja schon Bayern München, die ich dir sehr sehr genau vorgestellt habe. Heute soll es dann um Borussia Dortmund gehen. Ich denke, ich kenne viele auch aus meiner Karriere, wo ich mit denen spiele. Aber heute will ich doch nochmal das komplette Team genauer vorstellen. Und ja, ich denke die Formation hier ist nochmal ganz okay. Man kann natürlich auch nochmal auf ein ganz normales 4, 2, 3, 1 umstellen. Das werde ich jetzt nochmal kurz machen. Einfach um mal zu zeigen oder ja, um mal das ein bisschen genauer hier so zu zeigen, sage ich mal. Also dass man bei dem davor sah es ein bisschen so aus, als würden die zwei defensiven Leute so fast in der Abwehr spielen. Das ist natürlich nicht der Fall. Es ist nur ein bisschen variierter dann, aber naja, lassen wir jetzt erstmal, ja, Formation, Formation sein. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache 4, 2, 3, 1 in irgendeiner Form sollte vorhanden sein bei Dortmund. Und ja, da haben wir im Tor natürlich, ja, die klare Nummer 1 auch in den Champions League überragende Leistung gebracht. Die, ja, auch Nummer 1 Roman Weinfeller. Mit dann 82er Stärke hier auch nochmal ganz gut dabei, weil FIFA finde ich noch ein bisschen unterbewertet, aber man konnte ja vor der Saison noch nicht wissen, wie gut er denn letztendlich spielen wird. Ich denke in der nächsten FIFA oder bei FIFA 14 wird er dann auch nochmal richtig aufgewertet, denke ich mal. Weil er halt wirklich fast keinen Fehler gezeigt hat und fast immer überragende Leistungen, vor allen Dingen in der Champions League, immer, ja, war ein Grund, wieso Borussia Dortmund auch dann ins Finale letztendlich gekommen ist. Und auch im Finale hat er, ja, hat er Borussia Dortmund noch vor Schlimmerem bewahrt. Und ja, hier in FIFA ist er nicht ganz der beste Torwart, hat zwar eigentlich ganz gute Werte, hier sieht man es, hier bis auf Abschlag, ja, alles grüne Werte. Heißt über 80 und, ähm, das ist doch auf jeden Fall nicht schlecht, aber sonst, ähm, ja, die restlichen Werte sind natürlich jetzt nicht so interessant hier. 81 Reaktion ist natürlich auch nicht schlecht für den Torwart. Und, äh, ja, ein Stern, schwacher Fuß und so weiter ist aber nicht so wichtig. Ist Linksfuß, ähm, muss man sich auch öfters mal dran gewöhnen, aber ist auch nicht so wichtig für den Torwart. Schon 32, das ist natürlich ein Nachteil, dass er vielleicht bald seine Karriere beenden wird. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, er wird noch so lange weitermachen, ähm, ja, wie er nur kann. Aber, ähm, ja, wie gesagt, er hat ganz gute Werte, aber wenn man ihn mal so in FIFA spielt, vor allen Dingen in Ultimate Team ist er doch ein bisschen wackelig noch. Lässt er ziemlich viel rein. Und, ähm, ja, ich glaube im normalen FIFA ist es gar nicht mal so schlimm jetzt. Da kann, äh, ja, sagen seine Werte noch einiges aus, aber im Ultimate Team, wie gesagt, ähm, eher, ja, schwächer auf jeden Fall als zum Beispiel andere Torhüter. Und, ähm, ja, das war der Torwart. Roman Weinfeller, glaube ich, an dem geht kein Weg vorbei. Und dann kommen wir zur rechten Verteidigerposition. Da ist eigentlich auch gesetzt der Lukas Piszczek, ähm, ja, mit der 26 hier auf der rechten Verteidigerposition. Auch mit einer 82er Stärke. Und Piszczek auch einer der souveränsten eigentlich von Dortmund. Ich finde ihn einen sehr, sehr guten Spieler. Er ist ja damals von Hertha BSC nach Dortmund gekommen. Und seitdem hat er sich wirklich richtig stark entwickelt. Und ist jetzt gesetzt auf der rechten Verteidigerposition. Und, ähm, ja, so wie im echten, also sowohl im echten Fußball als auch hier in FIFA finde ich ihn einen sehr, sehr starken rechten Verteidiger. Ja, aufgrund, äh, ja, hier ist er auch sehr, sehr schnell. Und, äh, ja, auch sonst sieht man hier nochmal gutes Abfangen, also gute Verteidigungsleistung hat er auch. Und dazu auch nochmal, ähm, kann er gut nach vorne gehen. 85 Flanken ist, spricht auch für ihn auf jeden Fall. Und hier sieht man auch nochmal Gretzscher und faire Zweikampfwerte auch nochmal bei, ja, über 80. Und das macht ihn einfach aus. Er kann eigentlich fast alles. Hat eigentlich, ähm, bei allen Sachen, die für den rechten Verteidiger wichtig sind, über 80. Und, ähm, daher denke ich, ist er auf jeden Fall auch gesetzt. Vor allem, weil es auch keine wirklichen Alternativen bei Dortmund gibt auf der rechten Verteidigerposition. Und, ähm, ich denke, er kann auch mit Lahm schon fast konkurrieren. Weil, ja, man weiß, er hat Ronaldo öfters mal aus ins Spiel genommen. Hat ihn nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und nicht nur Ronaldo, auch öfters mal Ribéry. Und, ähm, das ist halt, ja, seine Stärke. Er ist nicht nur vorne gefährlich, sondern auch, äh, kann er hinten gut. Und, ja, die Top-Spieler, ähm, ja, aus dem Spiel nehmen. Aber, wie gesagt, auch offensiv, ähm, sehr, sehr stark. Gibt öfters mal eine starke Flanke oder schaltet sich mit ins Offensivspiel ein, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, man sieht's hier auch. Abitzrat, Angriff, hoch. Und defensiv nur mittel. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ein sehr, sehr souveräner und guter Rechtsverteidiger, auf jeden Fall. Der sollte in keinem Team fehlen. Speziell nicht bei Borussia Dortmund. Eine Eigenschaft, die er hat, ist noch weiter Einwurf. Ähm, ja, kann man auch mal benutzen, wenn man möchte. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt so wichtig. Und, ja, damit, wie gesagt, Lukas Piszczek, oder Lukas Piszczek, auf der rechten Verteidigerposition. Der Pole ist da auf jeden Fall gesetzt, wie gesagt. So, dann kommen wir zur rechten Innenverteidigerposition. Da haben wir, ähm, ja, ich überlege gerade, ob ich wirklich, ähm, Hummels spielen lassen soll. Aber da kommen wir gleich zu, ähm, ich denke, nee, ich denke, ich werde, ähm, Subotic mal austauschen gegen Felipe Santana. Ich bin der Meinung, ich habe das ja auch, ähm, im, ähm, ja, hier in der Teamvorstellung zum Ultimate Team. Ähm, da hatte ich auch ein Dortmund-Team gemacht, da habe ich das ja auch schon erklärt. Also Santana hier, ähm, ja, also einfach ein Top-Spieler. Er hat einfach richtig starke körperliche Attribute, also kann viele Gegner mit seinem Körper aus dem Weg räumen. Und ist auch sehr, sehr groß, gewinnt viele Kopfball-Duelle. Und, ja, trotz seiner 77er-Wertung hier, man sieht es auch nochmal hier, ähm, Sprintgeschwindigkeit von 84. All das ist auf jeden Fall auch richtig stark. Er ist, glaube ich, einer der schnellsten Innenverteidiger in FIFA überhaupt. Und, ähm, ja, der darf eigentlich auch hier nicht fehlen, obwohl er in echt nicht wirklich die Chance bekommen hat und jetzt auch zu Schalke gewechselt ist. Ähm, aber hier in FIFA ist er einfach Hammer, einfach top. Da ist er eigentlich schon, finde ich, fast der beste Innenverteidiger, ähm, des Spiels. Und man sieht, die Werte sind hier nicht die besten. Oh, jetzt bin ich hier von außen auf Hummels gegangen. Aber er hat hier eine Kopfballpräzision von 90, das ist natürlich auch schon mal stark auf jeden Fall. Vor allem vorne bei Ecken sehr, sehr gefährlich. Und auch hier Zweikämpfe sehr, sehr stark. Und, wie gesagt, er kann seinen Körper auch sehr, sehr gut einsetzen. Er weiß, wann er ihn einsetzen muss und wie. Auch sehr, sehr groß hier. Und, ähm, ja, hier hat er nochmal zwei Eigenschaften. Einmal den Power-Kopfball, wie gesagt, bei Ecken vorne drin und auch hinten drin, ähm, sehr, sehr wichtig. Und als Teamspieler natürlich auch sehr, sehr wichtig. Auch wenn er jetzt nicht mehr bei Dortmund spielt in echt. Aber hier in FIFA ist er auf jeden Fall noch eine Waffe. Auch, äh, ja, versucht seine Mitspieler mit ins Spiel einzubinden. Das ist natürlich auch nochmal seine Stärke. Und Spezialitäten sind nochmal die Lufthoheit. Einfach aufgrund seiner Größe und aufgrund seiner Kopfball, ähm, aufgrund seiner Kopfballwerte sehr, sehr stark hinten drin. Und deswegen würde ich hier auf jeden Fall spielen lassen, anstatt Neven Subot, der aber auch nicht schlecht ist. Ähm, der bei mir hier im Ultimate Team auch spielt. Komme ich später zu Wieso. Ähm, und ja, deswegen, ähm, Santana hier auf jeden Fall, denke ich, die bessere Wahl. Vor Subotic, wie gesagt, Subotic auch nicht schlecht, aber Santana hat doch nochmal einen Ticken besser. Auf jeden Fall. Und ja, da kommen wir zum, zum Innenverteidiger Partner. Das ist, wie eben schon angesprochen, Mats Hummels. Natürlich der Chef in der Abwehr von Dortmund. Sowohl, ähm, in echt als auch hier in FIFA. Ähm, ja. Er trägt einfach diese Motivation, diese Sicherheit der Abwehr auf das ganze Team über. Und, äh, auch wenn er hier sehr, sehr langsam ist. Also, was heißt sehr, sehr langsam. Ähm, nicht so schnell wie andere Verteidiger. Hier nur mit, äh, in Anführungszeichen nur 66 Sprintgeschwindigkeit. Und, ähm, ja. Ist ein bisschen langsam, wie gesagt. Aber, ähm, jetzt kommt der Grund, wieso ich ihn hier aufstelle. Und nicht Subotic, wie auch im Ultimate Team. Erstens muss man hier kein Geld für ihn bezahlen. In Ultimate Team ist er natürlich nochmal ein bisschen teuer. Aber auch, ähm, hier in, äh, dem normalen FIFA ist die, ähm, ja, Sprintgeschwindigkeit und Antritt nicht so wichtig wie in Ultimate Team. Also, in Ultimate Team geht das Spiel ja wirklich sehr, sehr schnell. Da wird sehr, sehr viel Wert auf Pace gelegt, äh, auf Geschwindigkeit. Und hier ist es eher nicht so der Fall. Da ist es eher wichtig, wirklich einen guten Verteidiger hinten drin stehen zu haben, der auch, ähm, ja, gute Verteidigungswerte hat. Und einfach den, den Kasten hinten zusammenhält. Und das ist Mats Hummels auf jeden Fall. Der ist wirklich der Chef in der Abwehr. Es gibt keinen Zweiten, der so wie er ist. Auch wenn er erst, man sieht es hier, nochmal 23 Jahre alt ist. Also, ähm, da kann auf jeden Fall noch sogar mehr von ihm kommen. Ist auch 1,92 groß, 90 Kilo. Ähm, auch sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und auch sonst hier. Seine, äh, Kopfballwerte natürlich auch nochmal top, ähnlich wie Santana hier. Kann vorne und hinten die Kopfballduelle gewinnen. Einfach ein starker Spieler hinten drin. Und auch natürlich vorne bei Eckbällen. Und sonst auch hier die, die Passwerte sind auch nochmal gar nicht schlecht. Hier, Ballkontrolle auch 76. Kurzer Pass 80. Schaltet sich auch oftmals, wenn er möchte, ins Offensivspiel mit ein. Geht dann einfach mal, nimmt den Ball. Und wenn er Freiraum hat, geht er einfach mal bis über die Mittellinie rüber. Und versucht dann mal den Pass zu spielen. Das zeichnet ihn natürlich auch aus, dass er da, ähm, das Spiel gut aufbauen kann. Er ist ein sehr, sehr guter, ähm, ja, Aufbauspieler für dieses ganze Team. Er verteilt gut die, äh, die Bälle mit Gündogan zusammen auch. Na gut, aus der Abwehr heraus. Gündogan ist er, der das aus dem Mittelfeld heraus macht. Und ja, sonst, wie gesagt, auch sehr, sehr starker Spieler. Hummels hier darf eigentlich auch wirklich, ähm, im Dortmund-Team nicht fehlen. Außer natürlich, wenn, äh, ja, in, in Ultimate-Team ist er natürlich noch ein bisschen langsam. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, er ist 23 Jahre alt. Kann sich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel entwickeln. Ich denke, gehen wir davon aus, dass er auch nächstes Jahr bei der WM 2014 im Brasilien, ähm, spielen wird. Stammkraft sein wird. Und, ähm, ja, dann Arbeitsrat, Arbeitsrat, Angriff, Mittel, Defensiv auch Mittel. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und sonst, ähm, ja, Eigenschaften hätte nochmal lange Pässe. Tut er ja auch oft. Oder auch hinten raus einfach, ja, wie gesagt, geht ein Stück nach vorne und spielt dann einen langen Pass. Vorher auf den Stürmer, also meistens auf Lewandowski dann. Der den auch meistens gut kontrollieren kann, aber dazu kommen wir später noch. Und wie gesagt, Hummels einfach, ähm, ja, sehr, sehr stark. Hier sieht man auch nochmal seine Spezialität, ein vier Stück. Die Lufthoheit, ähm, wie gesagt, sehr, sehr, ähm, gut in Kopfbällen. Achso, das wollte ich nicht. Dann ein guter Zweikampfspieler, guter Taktiker auch und kompletter Verteidiger halt. Dass er halt im Prinzip alles kann, was ein Verteidiger so braucht. Außer ein bisschen noch, wie gesagt, die Sprintstärke. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und, ähm, damit Hummels, ähm, auch wie gesagt, eigentlich gesetzt. Neben Santana hier in der EM-Verteidigung. Kommen wir zum linken Verteidiger. Nämlich zu Marcel Schmelzer. Ist eigentlich auch gesetzt, weil es einfach keine wirkliche Alternative bei Dortmund gibt. Aber wie ich finde, auch ein sehr, sehr, ja, kompletter linker Verteidiger. Und konzentriert sich eher auf das, ähm, ja, auf das Spiel in der Defensive. Aber das kann man, ja, nicht, ihm nicht, äh, wie sagt man. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, dass er sich nur auf die Defensive konzentriert. Ähm, richter, richtiger Verteidiger ist erst ein Verteidiger. Wenn er auch hinten sehr, sehr gut steht, sonst würde es nicht ein Verteidiger sein. Natürlich muss er auch mal ein bisschen nach vorne gehen. Das macht er aber auch manchmal. Aber halt nicht so stark wie zum Beispiel Piszczek auf der anderen Seite. Aber auch seine Werte hier sind gar nicht schlecht. Auch wenn er nur ein 78er Gesamtwertung hat. Ähm, kann man auf jeden Fall doch, ähm, kann er sich sehen lassen, auf jeden Fall. Als linker Verteidiger sehr, sehr stark. Und, ähm, ich kann nochmal einmal kurz die Werte durchgehen. Da sind wir jetzt nicht die Stärksten, aber man sieht, wenn man ihn im Spiel spielt, ähm, ist er auch gar nicht mal so schlecht, wie man, äh, es doch, ähm, ja, hier von den Werten sozusagen ablesen könnte. Genau wie Santana, der nochmal ein bisschen stärker, aber Schmelzer auch ähnlich, ähm, stark hier auf jeden Fall. Hat ja auch natürlich, wie man sieht hier, Ballkontrolle, Effet, alles Mögliche hier im gelben Bereich zumindest. Also fast, ähm, ja, bei 80, zwischen 70 und 80. Und, ähm, ja, ist auch erst 24, kann sich auf jeden Fall auch noch weiterentwickeln. Das ist, ähm, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie er sich noch machen wird, ob er später auch noch bei Dortmund spielen wird. Ich gehe mal davon aus, weil er ist ja wirklich ein Dortmunder Junge. Er ist, glaube ich, spielt schon sein ganzes Leben lang bei Dortmund, soweit ich das jetzt weiß. Kann ich nicht genau sagen. So als Eigenschaftler noch Distanzschütze, das wusste ich gar nicht. Also anscheinend kann er auch aus der Distanz mal draufhalten. Als linker Verteidiger. Haben ihn ja auch gegen Real schon gesehen, dass er da ein Tor gemacht hat. Dann hat er natürlich auch mal ein bisschen Glück verbunden, aber das war auch nicht schlecht. Hat er auch aus der Distanz indirekt so raufgehalten, auf jeden Fall. Und ein sehr, sehr wichtiges Tor markiert. Spielt keine Spezialität und sonst, äh, ja, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Spieler, auch wie eigentlich jeder in der Abwehr. Also gibt auf jeden Fall keine Schwäche, denke ich. So, dann haben wir als rechten defensiven Mittelfeldspieler, ähm, den Mann, der das Spiel eigentlich ankurbelt, den Mann im Mittelfeld bei Borussia Dortmund. Iker Gündogan, ähm, ist natürlich auch gesetzt, führt kein Weg an ihm vorbei. Ich glaube, wenn er nicht wäre, dann würde es auch ein bisschen, äh, nach hinten losgehen, sag ich mal so. Bzw. dann würde Dortmund halt seine spielerische Klasse oder seine Konterklasse auch nicht so gut ausspielen können, weil Gündogan einfach die Pässe nicht geben kann. Und er ist einfach der Mann, der wirklich das Dortmundspiel auszeichnet, viel, ähm, ja, kurze Pässe. Und, ähm, auch, wenn es dann mal sein muss, die langen Bälle vorne rein in die Spitze, die in den Lauf kommen dann direkt. Und er macht die Pässe auch wirklich immer direkt in den Lauf, perfekt immer auf den Mann. Und das zeichnet ihn einfach aus, auch, ähm, seine Schnelligkeit. Als zentraler defensiver Mittelfeldspieler ist eigentlich die Schnelligkeit nicht so wichtig, aber er schaltet sich öfters nochmal mit ins Eingriffsspiel ein. Und, ähm, ja, deswegen hat er auch nochmal eine relativ gute Sprintgeschwindigkeit hier, kann nochmal nach vorne gehen und schießt da auch öfters mal noch ein Tor. Und das ist natürlich auch was, was ihn auszeichnet. Und sonst auch, ja, Übersicht natürlich nur 81, ähm, oder das ist natürlich, also nur 81 finde ich ein bisschen unterbewertet eigentlich. Hat in echt auf jeden Fall viel, viel mehr Übersicht, ähm. Ähm, aber naja, das, äh, denke ich, wird im nächsten FIFA auch nochmal besser sein. Und, ähm, ja, auch so ein Ballkontrollwert, auch ein bisschen unterbewertet, aber, wie gesagt, das ist auf jeden Fall im Spiel, das ist auf jeden Fall richtig gut, was er macht. Und, ja, ich denke auch in FIFA selber ist er ein wirklich kompletter Spieler, ähnlich wie Weidenfeller. Oder, nee, nicht ähnlich wie Weidenfeller, sondern, na egal, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Aber, auf jeden Fall, ähm, ja, nicht so einen hohen Wert jetzt, 80 ist natürlich auch noch nicht schlecht. Aber er fühlt sich an wie einer der besten defensiven Mittelfeldspieler auf diesem Spiel, also auf FIFA. Und das ist natürlich auch schon mal stark. Hat hier gute, gute, lange Pässe, wie schon angesprochen, und auch kurze Pässe. Kann halt, wie gesagt, jetzt hat der Ballverteiler im Mittelfeld, kriegt halt was jeden Ball. Er ist der Mann, der gesucht wird im Mittelfeld, um die Pässe zu spielen. Und, ähm, ja, ich denke mal, er wird auch noch längere Zeit bei Dortmund spielen und auf jeden Fall ein wichtiger Spieler sein. Außer er wird natürlich zum Beispiel von Barcelona verpflichtet. Sollte jetzt, ähm, mittlerweile schon so sein, oder, war ja nicht schon anfragen, aber Dortmund hat die komplett abgelehnt. Weil sie einfach genügend behalten wollen, weil er eigentlich einer der wichtigsten Spieler von dem Team ist, auf jeden Fall. Ist auch erst 21 Jahre alt, also er kann auf jeden Fall auch noch viel, viel mehr kommen. Ich denke mal, er wird sich noch zu einem Weltklassespieler entwickeln, hoffe ich einfach mal. Auch hier seine schwache Fuß- und Spezialbewegungssterne hier. Sehr, sehr vielversprechend, auf jeden Fall. Und kann natürlich auch sowohl offensiv als auch defensives Mittelfeld spielen. Ist natürlich auch schon mal stark. Eigenschaften, Flair. Und, äh, als Spezialität nochmal natürlich noch Dribbler und Akrobat. Würde ich eigentlich eher auch noch einen Pass-Spezialisten oder ähnliches hinzufügen. Ist hier aber noch nicht wirklich mit integriert. Aber was soll's, ähm, trotzdem sehr, sehr kompletter Spieler, wie gesagt. Und wir machen direkt weiter mit, ähm, ja, nicht mit Sebastian Kehl, weil Sebastian Kehl mag ich im Prinzip überhaupt nicht. Ähm, ich gucke mal gerade, wie ich da reintun würde. Ich glaube, ich würde Sven Bender reintun, ja. Sven Bender, würde ich sagen, ähm, ist hier der bessere Spieler. Für Kehl, ähm, könnte theoretisch, glaube ich, auch noch Shahin reintun. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt hier gerade ist. Nee, Shahin hier anscheinend noch nicht dabei. Aber nicht so schlimm, ähm, deswegen ist das wahrscheinlich noch nicht abgedatet worden. Oder habe ich, ähm, vergessen abzudaten letztens. Egal, auf jeden Fall, ähm, ja, Shahin natürlich in echt, auf jeden Fall bei Dortmund dabei. Würde auch in FIFA eigentlich ganz gut hier, ähm, seine Position, glaube ich, machen. Aber, ähm, ja, Bender ist noch immer eher die defensivere, ähm, wie heißt es, Absicherung. Ähm, Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, die defensivere Absicherung. Und, ähm, neben Gündogan halt der Mann, der, ähm, hinten so ein bisschen für die Stabilität sorgt. Und, ja, ziemlich unauffälliger Spieler auch. Ähm, macht eigentlich, ja, nicht viel Spektakuläres, aber macht halt sehr, sehr viel, was wichtig ist für den, für das Spiel, das, äh, für das Dortmunder Spiel. Auf jeden Fall, ähm, weil er sehr, sehr viele Räume zumacht, sehr, sehr viele Bälle gewinnt, sehr, sehr viel, ähm, ja, Einsatz zeigt, auf jeden Fall. Und deswegen ist er auf jeden Fall auch, ähm, ein wichtiger Bestandteil des, äh, Spiels von Borussia Dortmund. Hat hier die Werte auch, ähm, ja, im gelben Bereich immerhin, hier auch Aggressivität ganz gut. Oh, länger Rack wollte ich jetzt natürlich nicht auswählen, sondern eher Bender. Und, ähm, ja, Ballkontrolle und so weiter, eigentlich jetzt auch nicht, äh, überragend. Aber er ist ja, wie gesagt, eher der Defensive und hier sieht man's Gretsche von 87, faire Zweikampfwerte 86. Und das heißt, er ist wirklich ein Defensivspieler und, wie gesagt, sichert hinten ab. Kann zur Not auch nochmal Innenverteidiger spielen, wenn da, ähm, andere Leute ausfallen sollten. Aber im Moment ist es noch nicht so wirklich dramatisch. Man hat ja mit, ähm, ja, mit Hummels, Santana und Subotic eigentlich fast schon drei Weltklasse Leute hinten drin. Und deswegen, äh, sollte das jetzt mal kein Problem werden. Und, ja, ist auch erst 23 Jahre alt, also wirklich sehr, sehr junges Team, was Dortmund hier hat. Und, ähm, ja, wie gesagt, 4-ständig schwacher Fuß macht ihn auch nochmal, ähm, ja, flexibel auf jeden Fall. Und damit ist er auf jeden Fall dann der zweite Defensiv-Mittelfeldspieler neben, ähm, Iker Gündogan. Ist hier Motor, heißt, dass er sehr, sehr viel läuft. Ähm, ja, wie gesagt, läuft alles zu, ähm, läuft dahin, wo noch was, wo jemand fehlt und wo Gefahr entstehen könnte. Und sonst, ähm, Zweikampf natürlich auch sehr, sehr stark, obwohl er defensiver Mittelfeldspieler ist. Und der Taktiker ist er natürlich auch. So, dann kommen wir zum rechten Mittelfeldspieler, ähm, oder rechten offensiven Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund. Da ist eigentlich auch, ja, da ist Blaschikowski, denke ich, auch auf jeden Fall gesetzt. Ähm, ja, 92 Antritt, 94 Spiele. Sprunggeschwindigkeit, denke ich, sprechen für sich. Ist wirklich der Flügelflätzer schlechthin. Und ansonst auch, ähm, mit sehr, sehr guten Werten, wie ich finde. Ähm, also, ja, Dribbling, 82 nochmal. Und auch Schusskraft hier zum Beispiel, 82. Und auch, ich denke, sein Schuss ist auch nicht schlecht in FIFA auf jeden Fall. Und dann hat noch Boy Wolle, ich sehe zum Beispiel noch 77. Und kurzer Pass, also kann auch passen. Und Dribbling natürlich, habe ich eben auch schon angesprochen. Also, ich finde auch ein sehr, sehr kompletter rechter Mittelfeldspieler. Wobei sein Tempo dann nochmal herausragt. Mit, ich glaube, 93 oder was ich eben gesagt habe. Ähm, und, ja, wie gesagt, also, auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Dortmund. Sehr, sehr, ähm, lauffreudig. Läuft sehr, sehr viel ähnlich wie Bender. Ähm, den rechten Flügel hin und her. Ja, wenn Piszczek dann mal, ähm, aufgerückt ist nach vorne, verteidigt er auch hinten mit in der Viererkette. Das macht ihn auf jeden Fall auch raus. Ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel mit Piszczek, wie gesagt. Ähm, also, da gibt es auf jeden Fall keine zwei anderen, die es so gut machen können, denke ich. Ähm, beides natürlich Polen, verstehen Sie sich ja auch nochmal blendend. Und, ähm, ja, ähm, dann hier eingeschafft hat er nochmal Power Freistoß. Heißt also, sein Freistoß ist natürlich sehr, sehr kräftig. Die Frage ist, ob er auch sehr, sehr genau kommt. Ähm, ja, muss ich vielleicht gleich nochmal im Spiel nachgucken. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, Power Freistoß ist natürlich auch nicht schlecht. Und natürlich Flitzer, wie eben schon angesprochen, sehr, sehr viel, ähm, Lauffreude und auch sehr, sehr schnell natürlich. Und, ähm, ja, das macht Blaschkowski einfach aus. Da, deswegen spielt er auf der rechten Offensiv-Mittelfeldposition bei Borussia Dortmund. So, und dann kommen wir zur linken Offensiv-Mittelfeldposition. Da haben wir, ähm, Marco Reus. Ähm, ja, denke ich ist auch, äh, klar, dass er hier spielen wird. Oder, dass er hier spielt auf der linken Offensiv-Mittelfeldposition, auch wenn er hier als Mittelstörmer eingeben wird. Aber, ähm, ja, im letzten Spiel hat er natürlich auch Mittelstörmer gespielt, beziehungsweise natürlich zentrales, offensives Mittelfeld. Aber, ähm, ja, das war nur durch eine Auswahl von Götze, der natürlich jetzt auch zu Bayern wechseln wird. Habe ich ja schon im, ähm, Real-Life-Doc angesprochen, könnt ihr ja auch nochmal reinschalten, wenn ihr wollt. Und, ähm, ja, aber im Moment ist natürlich, äh, Reus noch da. Noch, ja. Auf jeden Fall, ähm, Reus natürlich, wie gesagt, äh, linkes Offensiv-Mittelfeld ist ja gesetzt, mit 84er Stärke. Auf jeden Fall, ähm, im Moment dadurch, dass Götze jetzt weg ist, in echt. Ähm, einer der wichtigsten Spieler, denke ich, auf jeden Fall von Dortmund. Und hier sehen wir uns auch nochmal, Antritt 88, Sprunggeschwindigkeit 92, also sehr, sehr antrittschnell und auch sehr, sehr flexibel auf den Außen. Ähm, macht da, ist sehr, sehr spritzig, ähm, ja, Flexibilität, wie gesagt, seine Stärke auf jeden Fall. Läuft vielen Spielern davon, ähm, und, ja, sonst auch hier, wie man sieht, Dribbling, Abschluss und so weiter, alles sehr, sehr gut. Fernschüsse auch, kann auch mal aus der zweiten Reihe raus, äh, ja, raufhalten. Und hat eine sehr, sehr gute Schusstechnik auch, hat man, glaube ich, in echt auch schon gesehen, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Ähm, und ja, nicht so stark in der Defensive, aber ich denke, ähm, das kann er auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch noch verbessern. Trotzdem hier, ähm, vierstellige Spezialbewegung, vierstellige schwacher Fuß, wie gesagt, seine Flexibilität ist, äh, bemerkenswert eigentlich schon. Und sehr, sehr spritzig natürlich auch auf den Außen, kann vielen Gegenspielern mal davonlaufen. Und, äh, auch erst 23 Jahre alt, also ich denke, der wird sich auch noch entwickeln, wie auch viele, ähm, noch im Borussia Dortmund-Team, hab ich auch schon angesprochen. Und sonst, ähm, ja, Stuntschütze, wie gesagt, sehr, sehr gute Schusstechnik, kann auch aus der zweiten Reihe mal raufhalten, der geht dann noch öfters mal rein. Und sonst hier auch vier Spezialitäten, der Flitzer, wie schon angesprochen, sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr spritzig, auf jeden Fall. Der Dribbler, ähm, dass er hier, ja, eigentlich viele Leute mal stehen lässt. Der Stuntschütze, eben schon angesprochen, und der Akrobat, dass er, ähm, ja, auch athletisch viele Bälle nochmal, ähm, kriegen kann und die aufs Tor bringen kann, auf jeden Fall. Und, äh, ja, damit wäre Reus jetzt auch abgehakt. Wie gesagt, also einer der wichtigsten Spieler bei Dortmund auf jeden Fall, dadurch, dass Götze jetzt weg ist, ähm, zumindest in echt, in FIFA natürlich noch da, komme ich gleich noch zu. Und, ähm, ja, Reus könnte natürlich auch, ähm, wenn es nicht anders geht, hier auf der zentralen offensiven Position spielen, also in dem Fall so, zum Beispiel. Dann wäre Großkreuz links, ähm, wenn Götze jetzt zum Beispiel nicht spielen würde, wie es ja auch im Champions-Sieg-Finale der Fall war. Großkreuz hier ist auf der zentralen offensiven Mittelfeldposition aufgeboten. Finde ich sehr, sehr komisch, aber der wird natürlich auch direkt jetzt ausgewechselt gegen den eben schon angesprochenen Mare Götze. Ähm, Mare Götze natürlich, solange er noch hier in FIFA da ist, ist er natürlich auf jeden Fall gesetzt. Ähm, ist der, der spielerhaltig der Saison, ähm, in der Bundesliga zumindest, was die, äh, Jugend angeht. Also, was heißt Jugend? Also, er ist natürlich noch sehr, sehr jung, ich glaube 19 oder 20 Jahre alt. Und dadurch auch ein sehr, sehr, äh, also, ja, ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial für die Zukunft auf jeden Fall. Okay, auch 84er Stärke hier, also Gesamtbewertung. Und auch, ähm, Ballons, 90 hier zum Beispiel, oder auch Reaktion, Sprenggeschwindigkeit, auch nicht schlecht hier. Was ihn aber für ausmacht, ist hier zum Beispiel die Übersicht und auch hier die Ballkontrolle. Sehr, sehr guter Dribbler auf jeden Fall. Ähm, ja, wie fast kein Zweiter in der Bundesliga lässt er die Spieler stehen, tunnelt sie auch, oder, ähm, ja, geht einfach an ihm vorbei, wie kein Zweiter, eigentlich in dieser Bundesliga. Außer vielleicht noch Ribéry, aber das, äh, den lasse ich mal außen vor. So, auch Passwert nicht schlecht. Kurzer Pass hier, spielt öfters mal den Pass, ähm, wie auch Gündogan in die Gassen, um Reus oder Blaschkowski oder natürlich auch Lewandowski, zu dem ich gleich noch kommen werde, ähm, einzusetzen. Und auch hier, sein Dribbling, habe ich ja schon eben angesprochen, sehr, sehr stark mit 88 hier. Und, äh, ja, wie gesagt, er ist 20 Jahre alt, sehr, sehr jung noch, deswegen ist jetzt auch zu Bayern gewechselt durch sein hohes Potenzial und seine, ja, guten Fähigkeiten. Kann auch, hier, sehr, sehr flexibel, hier kann auch links und rechts spielen, sowie noch etwas defensiver, wenn es dann sein muss. Und vier Stände schwacher Fuß, vier Stände Spezialbewegung machen ihn natürlich auch nochmal zu einem sehr, sehr flexiblen Mann, auf jeden Fall auf der offensiven Mittelfeldposition. Ähm, da ist er auf jeden Fall, denke ich, auch besser aufgehoben als rechts, wo er früher mal gespielt hat. Ähm, mittlerweile wurden seine Stärken wirklich, äh, anerkannt und er ist jetzt auf der offensiven Mittelfeldposition bei Dortmund eigentlich, ja, nicht mehr wegzudenken. Eigentlich, wobei er jetzt natürlich weg ist zu Bayern, aber, ähm, zumindest in FIFA hier, denke ich, ähm, noch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auf jeden Fall der Mannschaft. Ähm, so, Eigenschaften, Flair und dann auch nochmal drei Spezialitäten hier, den Dribbler, wie eben schon angesprochen, den Spielmacher, dass er halt die Bälle wirklich ähnlich wie Gündogan verteilt, nur halt noch ein bisschen offensiver und auch das Spiel macht, halt wie Spielmacher schon, äh, andeutet. Und Akrobat halt, wie gesagt, sehr, sehr feiner Mann, sehr, sehr, ja, viele Tricks hat er auch drauf und deswegen auch eine sehr, sehr, ähm, ja, eine Bereicherung auf jeden Fall für das Daumen und das Spiel. Und, ähm, dann haben wir natürlich als Stürmer, den Stürmer überhaupt, Robert Lewandowski, ähm, ja, da könnte man eigentlich keinen anderen hinstellen. Schieber wirklich sehr, sehr schlecht auf dieser Position, auch unechtnäckig, nicht der Beste und deswegen Lewandowski einfach gesetzt vorne drin. War ja auch die Spekulation, dass er zu Bayern gehen wird, ähm, könnt ihr nochmal in meinem Real-Life-Tor gucken, was ich dazu, ähm, was meine Meinung dazu ist. Aber im Moment ist er noch da, das ist doch nochmal, schon mal eine positive Nachricht auf jeden Fall. Und, ähm, ja, auch in FIFA natürlich ein sehr, sehr starker Spieler, auch zwar nicht so gut wie auch in, äh, ja, in echt, sag ich mal, da ist er ja eigentlich fast ein Weltklassestürmer. Hier ist er noch nicht so gut, ein 83er Gesamtbewertung, aber immer noch, ähm, ja, so solider Spieler auf jeden Fall. Auch hier die vielen grünen Werte sprechen auf jeden Fall für ihn, auch wenn er hier nicht überragende Werte hat. Keine dunkelgrünen Werte zum Beispiel sieht man hier auch, aber auch, ähm, seine Stärke ist auf der Abschluss, ähm, im 16-Meter-Raum. Wenn er dann mal da drin ist im Strafraum und einen Ball bekommt, dann verwandelt er ihn eigentlich auch fast immer, außer wenn er natürlich mal ausrutscht oder so. Hat man natürlich auch schon etwas von ihm gesehen, aber wenn er den Ball richtig trifft, dann ist er auf jeden Fall drin und das macht ihn auf jeden Fall aus. Und was ihn auf jeden Fall auch ausmacht ist, ähm, ich hab's, glaub ich, schon mal im ersten Teamguide angesprochen, als Stürmer, wenn man ein 4-2-3-1-System spielt, muss der Stürmer wirklich, ähm, ein guter sein und gut den Ball behaupten können. Das ist bei Lewandowski auf jeden Fall der Fall. Ähm, ich denke, ja, er ist einer der Spieler, oder ein unverwechselbarer Spieler eigentlich, er ist einer der einzigen, der so gut den Ball behaupten kann. Er wird ja oft vorne angespielt, sowohl von Hummels als auch zum Beispiel von Gündogan oder, ähm, ja, ein zweitenden Verteidiger neben Hummels, ob es jetzt Subotic ist oder Santana und, äh, kann den Ball mit der Brust auch sehr, sehr gut ablegen oder auch selber, ähm, behaupten und weiter damit, ähm, ja, den Angriff aufziehen. Ist auch ein sehr, sehr, ähm, gut, spielerisch guter Stürmer, ähm, ist nicht ein Typ, der immer vorne drin steht und einfach immer auf die Bälle wartet. Er kann auch mal ins Mittelfeld gehen und sich da den Ball holen und das Spiel, äh, aufziehen und den Ball natürlich auch, wie gesagt, gut ablegen und gute Flanken auch spielen. Hat man auch, ähm, gegen Malaga, glaube ich, gesehen, da hat er ja die Flanke gebracht zum 2-2 oder zum 3-2, weiß ich jetzt gerade nicht. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, Kopfballspiel ist ja auch mal nicht schlecht, im 82, hier, ein guter Mann ist ja auch in echt sehr, sehr stark im Kopfballspiel. Ist zwar nur 1,84 groß, aber trotzdem, ähm, sehr, sehr stark in der Luft, auf jeden Fall gute Sprungkraft und, ähm, kann den Ball, wie gesagt, sehr, sehr gut behaupten, sowohl bei Langbällen als auch bei Flanken. Hm, schwacher Fuß von 4 Stern, auch nochmal sehr flexibler Mann und hier sieht man es auch nochmal, Angriff, Arbeitsrate hoch und, so, und Defensive auch, Arbeitsrate hoch. Ähm, wie gesagt, kann auch mal nach hinten arbeiten, wenn es nicht sein muss und auch den Ball fordern und auch, äh, versuchen zu erobern. Und, ähm, ja, sonst gibt es eigentlich viel mehr zu ihm zu sagen, 24 Jahre alt und, ähm, hat keine wirklichen Spezialitäten und Eigenschaften. In echt, denke ich mal, oder in den nächsten FIFA, bei FIFA 14, denke ich, wird er nochmal ein bisschen mehr herausspringen, was seine Fähigkeiten angeht oder seine, ja, was für Eigenschaften oder Spezialitäten. Aber hier hat er erstmal noch nichts, muss man natürlich auch mit auskommen, aber ich denke, das geht auf jeden Fall klar. Und ja, dann denke ich, was ist das? Ich kann nochmal kurz die Ersatzbank hier vorstellen, die Spieler, die man eventuell reinbringen könnte. Perisic ist natürlich auch nochmal ein Mann, ähm, hier gar nicht schlecht bei FIFA, ziemlich solide Wetter auch, aber in echt spielt er natürlich nicht mehr. Ähm, bei Dortmund, sondern bei Wolfsburg, wo er auch nicht wirklich eingesetzt wird, aber ich fand, Perisic war eigentlich ein guter Spieler. Man sieht es ja auch nochmal, 5 Sterne auf dem schwachen Fuß, ist auch nochmal ein gutes Zeichen. Sonst Großkreutz, wie gesagt, in FIFA nicht wirklich der Beste, aber im echten Leben doch nochmal auch ein guter Mann, der nochmal für die Defensive verantwortlich sein kann. Leitner, ein sehr, sehr junger Spieler, der, denke ich, auch seine Zukunft haben wird. Wurde ja jetzt ausgeliehen, aber ich denke, in der Zukunft wird er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler sein. Kehl eher, ähm, ja, ein nicht so guter Spieler für mich, meiner Ansicht nach, und Subotic, wie gesagt. Ähm, der Ersatz für Santana nochmal in der Innenverteidigung. Und sonst hat man ziemlich viele junge Spieler, die noch nicht wirklich, ähm, ja, ausgereift sind. Habe ich aber auch schon alles in der, ähm, Karrieremodus, denke ich, ähm, ja, gesagt und auch angedeutet zumindest. Und ja, damit, denke ich, sind wir hiermit erstmal durch. Ich kann nochmal, ähm, die Formation hatte ich ja schon, ich kann nochmal die Spielerrollen hier einstellen. Ähm, ja, Kapitän ist natürlich nicht Sven Bender, sondern dadurch, dass Kehl jetzt, ähm, nicht mehr da drin ist, denke ich, ist es auf jeden Fall Roman Weidenfeller. Und der Kapitän ist, glaube ich, auch in echt so, ähm, dass wenn Kehl nicht spielt, Weidenfeller der Kapitän ist. Auch, wie gesagt, der erfahrenste Mann jetzt nochmal, ähm, im Team. Aus, äh, ja, wenn Kehl raus ist, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon zum dritten Mal gesagt. Ähm, sonst wäre es Kehl natürlich, aber hier ist es jetzt Roman Weidenfeller. Dann, was haben wir hier, die Elfmeter, ähm, ja, Hummels eigentlich in echt ein sehr, sehr guter Elfmeterschütze. Hier nur mit 74, da würde ich auch einfach den nehmen, der am meisten Elfmeter-Qualitäten hat. Ist, glaube ich, sogar Hummels, oder? Ja, ist Hummels. Kann mir noch direkt lassen. Ich glaube, in dem Ultimate Team ist es, glaube ich, sogar sehr, dass Blaschikowski nochmal ein bisschen mehr hat, weil ich weiß es auch nicht. Kommt mir irgendwie zuvor, dass Blaschikowski mal mehr hatte, aber naja, ist ja nicht so wichtig jetzt. Lassen wir auf jeden Fall bei Hummels. Wenn er mit 74 der Beste ist, dann lassen wir ihn auf jeden Fall auch schießen. So, ein kurzer Freischuss, auf jeden Fall getreten von Reus. Der ist wirklich der Mann, der die Freischüsse immer schießt und die auch wirklich gefährlich aufs Tor bringt. Hat ja auch schon sehr, sehr starke Freischüsse geschossen. Sehr, sehr gute Schusskraft, äh, oder, ja, Schuss, äh, Technik. Habe ich auch schon erwähnt. Und, äh, aufgrund dessen muss er auf jeden Fall auch die Freischüsse schießen. Und, ähm, ja, dann haben wir, äh, sie langer Freistoss, meinetwegen getreten von Schmelzer, ist jetzt auch nicht so wichtig, weil das jetzt schießt. Irgendein Innenverteidiger, denke ich, sollte es sein. Ich glaube, da ist Schmelzer nochmal der Beste. Hat ja auch gute Freistoss, äh, Freistoß, ne, Flankenwerte natürlich. Kann dann den Ball auch nochmal gut reinbringen. Und, ähm, ja, dann haben wir, die linke Ecke wird getreten. Ich glaube, ich lasse mal beide Ecken von Götze treten. Einfach aus dem Grund, weil er sehr, sehr klein ist, trotzdem noch einigermaßen gute Werte hat. Und, ähm, ja, ich glaube, Reus kann auch noch vorne drin, ähm, ja, nochmal, wie heißt das, also nochmal Kopfball, der Gewinn ist ja nochmal ein bisschen größer als Götze. Und deswegen kann er auch nochmal, ja, und natürlich auch sein Distanzschuss, äh, Distanzschuss, sehr, sehr bekannt. Und deswegen kann er auch vielleicht nochmal von der Straffunkgrenze abziehen, wenn der Ball dann da hinkommen sollte. Und, ja, das war's. Ich denke, äh, damit habe ich erstmal das Team soweit vorgestellt. Und dann sehen wir, denke ich, sehen wir uns gleich, wenn wir dann, äh, in der, ja, in der Saison hier im, äh, Online-Modus nochmal mit Dortmund spielen werden. Ähm, ja, dann sehen wir uns gleich. Ich hoffe, es hat euch zumindest bis jetzt hier erstmal gefallen. Und, ja, wie gesagt, äh, dann sehen wir uns gleich im, äh, Saison-Modus. So, wir sind jetzt im Saison-Modus drin. Im Online-Modus, äh, haben hier Borussia Dortmund auch schon direkt ausgewählt. Die Aufstellung ist von Anfang an schon richtig gewesen. Ähm, kann auch natürlich damit zusammenhängen, dass ich sie eben eingestellt habe. Aber das, äh, ja, ist doch gut. Damit suchen wir uns jetzt mal den Gegner, denke ich. Ich hoffe, wir finden auch schnell einen. Ähm, ja, was ich nochmal sehe, auf der rechten Seite hier die Werte. Von den einzelnen Spielern wurden nochmal ein bisschen aufgewertet. Ich habe gerade nochmal die Online, ähm, die Online, äh, Kader rausge-, oder, äh, runtergeladen. Und, äh, das kann nochmal sein, dass die dann nochmal ein bisschen aufgewertet werden. Das kann natürlich auch sein, dass Shahin jetzt spielt. Oder ja, noch bei Daumen spielt Perisic nicht mehr. Aber ich habe jetzt Bender auf jeden Fall erstmal drin gelassen. Denke ich, ist, wie gesagt, die bessere Variante. Und, äh, damit denke ich, können wir jetzt loslegen. Ich will noch einmal den Kommentator, glaube ich. Ja, mache ich gleich nochmal, wenn ich den Ball habe, dass ich den Kommentator nochmal in leiser stelle. Weil der nervt ja auch öfters nochmal ein bisschen. Und ja, ich, äh, wir spielen gegen Portugal übrigens. Ähm, Portugal ein sehr starkes Team natürlich, aufgrund von Ronaldo alleine schon. Und mein Gegner hier, anscheinend ein sehr, sehr, ruhiger Spielaufbau, ähm, Typ mit sehr, sehr ruhigem Spielaufbau, ich stand nochmal auf defensiv hier. Ähm, ja, setzt anscheinend sehr, sehr viel auf Ballbesitz, mein Gegner hier. Und hier, ähm, ja, wuckelt das auch direkt schon. Anscheinend ist in der Internetleitung nicht die beste. Also ich glaube, einer, der so viel hinten rumspielt und, äh, ja, ein Kursverspiel glänzen will, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das ist natürlich auch eine schreckliche Anforderleistung. Das muss man so gut gehen. Ah, jetzt kommt er natürlich mit Ruhmereleisch hier gut an den Ball. Aber der wird gut abgeblockt, deswegen, äh, ja, kriegt Weinfeld jetzt hier auch den Ball gut. Wir stellen nochmal um hier. Das Audio, der Kommentar wird ein bisschen leiser. Also ein bisschen, stelle ich mal fast ganz zurück. Und damit man ihn noch nicht mehr so gut hört. Ich nehme mal den langen Ball hier auf Blaschikowski. Hier schön, äh, schön abgenommen von meinem Gegner. Oh, dann, wenn das Regen ist natürlich jetzt, ähm, ja, ähm, der Pass ist nicht so weit gekommen, sondern eher abgebremst. Und es ruckelt hier sehr, sehr stark. Also um mir liegt es auf jeden Fall nicht. Hier schön, der Pass auf Schmelzer. Hier, jetzt ist es auch riskanter Pass wieder auch. Hier kommt der Pass von Götze auf Lewandowski, aber, äh, mein Gegner steht auch nicht schlecht. Ähm, ist auch ein bisschen unglücklich. Ich mag ihn nicht gern bei Regen spielen. Ähm, hätte ich mal eher quitten sollen. Aber naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind wir in der 11. Minute. Jetzt wird das Spiel auch nicht verlieren. Nur weil ich gequittet habe. Und das Ruckeln geht mir schon ein bisschen auf den Sack jetzt. Also wenn es meine eigene Schuld wäre, dann wäre es natürlich klar, aber jetzt ist es nicht, äh... Mir liegt es jetzt auf jeden Fall nicht. Das heißt, ähm, es muss am Gegner liegen. Und anscheinend, wie gesagt, ist seine Internetverbindung nicht die beste. Und, äh, ja. Jetzt kommt hier nochmal die Flanke rein. Ich stehe hier hinten wirklich sehr, sehr offen, aber das liegt halt daran, dass ich... Ja, diese... Man sieht es hier, die Verbindung ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich hoffe, die wird irgendwann nochmal besser. Dass es sein Internet vielleicht nochmal auf die Reihe bekommt. Hier nochmal natürlich starke Ballabnahme. Aber ich... Das Spiel ist sehr, sehr langsam bis jetzt. Ähm, aufgrund natürlich auch der vielen Ruckler. Ich drehe mich gerade so ein bisschen auf, auf jeden Fall. Schmerzt es hier natürlich mit einem starken Pass, einfach. Ach Gott, äh... Ich sehe schon, dieses Spiel werde ich, was ich sagen muss, verlieren. Aufgrund dieser scheiß Internetleitung. Ich will mal steil. Ja, genau. Ja, jetzt bringt es natürlich nichts mehr. Ich wollte ja schon viel früher steil spielen. Vielleicht kriegt er auch jetzt recht gelb hier mit Pepe. Gerät schon einfach Reus direkt voll hinten rein. Hier sieht man es nochmal richtig hartes Einsteigen. So gehört es natürlich nicht. Und ja, denke ich, machen wir den Freischuss hier mit Schmelzer. Und denke ich mal an den 16er ran. Oder an den, äh, Elfmeterpunkt ran. Hier ruckelt es natürlich nochmal richtig. Wir kriegen auch den Kopfball mit Reus hier. Aber natürlich viel zu umplatziert und viel, viel zu schwach. Auf jeden Fall auch. Der Ball gespielt hier. Der Blaschkowski erobert sich schön. Holt den Einwurf raus. Und... Hier schnell von Gündoan. Geht hier am Gegenspieler vorbei. Ah, der ist natürlich aufgrund des Regens verspringt der Ball wieder so hart einfach. Und ich kann den Ball nicht wirklich genau spielen. Und mit den Rucklern oder Lacks oder was auch immer hier sind. Rucklern, ähm... Ja, kann ich ihn überhaupt nicht spielen. Also, äh, muss ich mich entschuldigen dafür, dass es jetzt ein, ja, ähm, unglückliches, langweiliges Spiel schon fast ist. Aufgrund der Rucklau und aufgrund des Regens. Muss ich mich entschuldigen nochmal, wie gesagt. Ähm, und jetzt ist auch wieder 1-0 gefallen durch Varela. Ähm, ja, weiß ich nicht, stelle ich mich nicht richtig gut hin. Und auch sonst, äh, ja, kann er natürlich jetzt ziemlich glücklich zum Abschluss kommen. Hier rucklert es wieder richtig. Also, ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich stehe hier eigentlich im Schussweg. Kann da nicht mehr wirklich viel machen. Und wenn dann mit dem Schuhübersteiger Götze nochmal direkt auf Lewandowski, der passt dann zurück. Auf Götze, der vielleicht zurück auf Lewandowski. Aber sein, äh, ja, sein Verteidiger kommt da gut ran. Kann den Ball gerade noch so eben abfangen. Und hier der Freistoß direkt ins Aus einfach mal. Ist ja auch stark gemacht. Ich höre es jetzt hier direkt auf Lewandowski. Der direkt auf Gündoan, der spielt dann weiter auf Blaschikowski. Jetzt fliehen wir nochmal nach innen und der müsste eigentlich reingehen. Genauso ist es Blaschikowski hier, ähm, mit dem Tor. Mit links, ähm, ja, kriegt den Ball gut zugespielt von Gündoan auf den Außen. Zieht dann nochmal nach innen und, ähm, stehst dann stark mit dem linken Fuß ab. Ähm, ja, denke ich, ähm, ist auf jeden Fall verdient. Und hier, ähm, wieder schön ruckeln. Mache ich natürlich immer gern. Hier sieht man es nochmal schön nach innen gezogen. Und dann, äh, schöner Abschluss von Blaschikowski in die lange Ecke. Und jetzt gucke ich mal, ähm, wie sich der Gegner schlagen wird. Beziehungsweise wie seine Internetleitung noch so wird. Ob die vielleicht noch ein bisschen bessert. Ich hoffe natürlich, ähm, darauf. Aber ehrlich gesagt, kann ich es mir nicht vorstellen. Der kriegt der Gegner auch wieder sehr, sehr glücklich den Ball. Und ich kann natürlich auch die Pässe nicht wirklich konfrontiert spielen, wenn das so langsam umgeht und so ruckelt. Götze hier mit einem schönen Dribbling. Passt den Ball weiter auf Lewandowski. Ich denke, wir machen mal direkt einen Übersteiger. Und ich denke, wir haben das gerne mit dem linken Fuß vielleicht. Aber hier ruht Patrizio sehr, sehr stark da. Ich übersteige natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, schlecht. Also, suboptimal auf jeden Fall. So, hier Götze mit der Ecke. Und da ist auch jemand da. Oder jetzt rückt das nochmal richtig. Und hier ist, ich weiß nicht, was ich glaube, Santana war es, der nochmal stark da war. Aber der Torwart kann leider Gottes halten. Warum bringen wir nochmal die Ecke mit Götze? Jetzt vielleicht Santana nochmal da. Ja, diesmal ist es Lewandowski und Lewandowski macht ihn einfach rein. Ja, sehr, sehr starker Kopfball hier. Wie gesagt, Kopfball auch einer seiner Stärken auf jeden Fall. Und, ja, setzt sich hier gut durch gegen den Innenverteidiger, denke ich mal, war es. Und netzt dann hier auch 1-2-1. Hier sieht man nochmal die starke Ecke von Götze. Und Lewandowski setzt sich gut durch. Und, ja, versenkt den Ball dann unhaltbar für den Torwart. Den hätte ich eventuell auch nochmal abfangen können. Oder kontrollieren können jetzt hier nochmal ein vielleicht starker Pass. Äh, ja, Subotich kommt nicht ganz hinterher. Wieso eigentlich Subotich? Ach, ich habe Subotich drin. Das ist natürlich auch ein bisschen unwünstig jetzt. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt auch noch Subotich drin habe. Wie gesagt, ich dachte, die Aufstellung wäre schon so richtig gewesen. Aber dadurch, dass Subotich jetzt drin ist, ähm, anscheinend doch nicht ganz richtig. Aber, wie gesagt, äh, mit Subotich geht das auf jeden Fall auch klar. Ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, verloren hätte, nur weil ich es nicht drin habe. Ich will nochmal den Pass fangen mit Gündogan auf Blaschikowski. Wer für macht vielleicht ein zweites Tor? Ach, schade, diesmal ist leider... Ich glaube, der Torwart war es oder der Spieler einer von beiden auf jeden Fall dazwischen. Und damit leider nicht das 3-2-1 hier in der Situation. Hier spielt der Fehlpass, Ben, da fängt die gut ab. Ah, schade hier. Wäre mir fast soweit gewesen, nochmal einen Konter zu fahren. Hier versucht Reus den Übersteiger, wird meiner Ansicht nach gefoult. Aber, naja, Schützrichter sein ist dann auch immer nicht einfach. Subotich hier, wie man sieht, auch mit einer schönen Aktion, kann also auch was. Man spielt ja nicht umsonst hier in echt, neben Hummels in der Innenverteidigung. Man, hier setzt sich sehr, ähm, wirklich durch auf den Außen. Dann setze ich noch weiter durch und schieße dann auch noch das 2-2, also... Ah, wie das jetzt passieren konnte, weiß ich selber nicht. Also ein Grund natürlich wieder die Lacks, also Rückklavier, wie auch immer. Ich kann so wirklich gar nicht spielen, hier sehen wir uns nochmal. Man setzt sich sehr, sehr komisch. Man setzt sich natürlich auch stark durch, macht das gut, aber... Ich denke, einer meiner Spieler muss natürlich auch da sein. Um diesen Pass abzufangen. Hier versuche ich es zu kompliziert mit Götze. Ähm, mein Gegenspieler, oder mein Gegner... Hier lässt, hält den Ball sogar noch stark drin, hätte ich nicht gedacht. Ich wollte gerade schon sagen, der geht ins Aus. Aber naja, Varela jetzt noch mal der Außen, was mir auffällt. Ronaldo spielt anscheinend gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich nur täusche, oder ob das wirklich so ist. Weil ich habe ihn noch nicht wirklich gesehen, oder... Und eigentlich spielt er ja links. Und da spielt jetzt Varela. Ah, schade von Lewandowski hier. Dachte, ich könnte nochmal nach innen ziehen. Jetzt spielt er wieder hinten rum. Baut das Spiel wieder gut auf. Und damit ist es noch Halbzeit. Ja, wie gesagt, also... Eher schlechtes Spiel von mir auf jeden Fall. Zwei gute Tore, aber trotzdem, aufgrund der Ruckgleich, willst du eigentlich nicht zu oft erwähnen. Aber ich muss es einfach machen. Weil das einfach wirklich der Grund ist, wieso ich hier eher so mäßig spiele. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon öfters mal hattet. Ob ihr denn vielleicht, ja, schlechter wart. Gehe ich mal von aus, natürlich. Weil mit Rucklang geht es einfach nicht besser. Ich meine, ihr seht das selber. Es ist so langsam einfach. Man kann es, ja, überhaupt nicht teilen. Man kann nichts irgendwie Überraschendes machen. Weil es so langsam läuft, das Spiel. Hier wieder, bleibt es komplett stehen. Also Standbilder sind natürlich auch immer das, was man gar nicht haben will. Hier kommt nochmal der Schuss. Ich weiß nicht, von wem es war. Von, äh... Weiß ich gar nicht, wer es war. Wie gesagt, Schau Pereira hätte es gewesen sein können. Ich weiß es aber nicht genau. Boah, schlechter Pass von Blaschikowski auch nochmal. Wie gesagt, also sehr, sehr schwer zu timen hier alles. Mit diesen Lags sind hier auch wieder der Ballverlust. Also, ah, ich glaube, ich kann wirklich gerade, äh, kotzen, wenn ich, ah, wenn ich das sehe, wie... Na, ich sage da nichts zu. Ich habe das schon oft genug jetzt erwähnt. Hier wird auch wieder der Ball abgenommen. Wie gesagt, ich kann hier nichts Überraschendes machen oder irgendwas, was den Gegner hier total, ähm, buff macht. Hier auch wieder direkt der Ball abgenommen. Weil der Gegner kommt auf jeden Fall viel besser damit klar. Ich denke mal, er ist es auch gewöhnt. Oder gewohnt, ähm, aufgrund seiner... Ähm, ja, Internetleitung. Hier räuchte ich jetzt nochmal vielleicht mit dem Tor. Ah, ein Innenfasten. Schade. Setzt sich gut durch, wie ich finde. Ähm, ja, dann der Schuss, wie gesagt, leider ein bisschen zu weit rechts. Und geht so, wenn... Leider nur eine Innenfasten. Hier sieht man es nochmal. Setzt sich schön am Gegenspieler vorbei. Und dann strammer Schuss, aber leider nicht ins Tor. Und dreht es dann auch leider so raus, dass er, äh, dass kein Spieler mehr von mir an den Ball kommt. Oh, den habe ich natürlich stark abgefangen, aber, ähm, leider nicht, ähm, perfekte Ballannahme von Lewandowski. Und deswegen, äh, ja, auch nicht, ähm, die Chance für mich, sondern der Gegner kommt direkt wieder in den Ball. Lewandowski natürlich hier nochmal stark vom Ball getrennt. Versucht, habe ich nochmal versucht, noch inzuziehen und den Ball vorm auszuretten. Dann ist der Gegenspieler auch direkt da. Hier, relativ, äh, gute Ballannahme. Oder, ja, einfache Ballabnahme auch von Subotic. Oh, und dieser Ruckeler, die, ähm, gehen wir einfach sowas dann auf den Sack gerade. Ich bin nochmal von Lewandowski auf Reus. Der nochmal Schlange auf Lewandowski, der kriegt den Ball auch erlaufen. Mal sehen, ob wir jetzt uns durchsetzen können. Nur die Schusstäuschung. Das sieht doch gut aus. Jetzt Lewandowski. Ah, leider ein Meter ungefähr am Tor vorbei. Wenn der reingegangen wäre, wäre das natürlich richtig stark gewesen von Lewandowski. Aber, ähm, ja, leider hat ihm ein bisschen die Präzision gefehlt. Jetzt drückt der Gegner hier auf Pause. Ich gucke nochmal, ob ich vielleicht nochmal einwechsel oder auswechsel. Ja, noch nicht. Ich glaube noch nicht. Es lohnt sich noch nicht wirklich. Wie gesagt, ich habe auch nicht wirklich Top-Spieler auf der Bank. Da kann man auch keinen wirklich bringen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also dann könnten natürlich Leute wie Großkreuz oder wie Shahin, denke ich mal, der jetzt so dabei sein sollte, bringen. Aber ob das nun wirklich dem Spiel helfen wird, ist die große Frage. Ich glaube nicht wirklich. Auf allen Dingen, weil ja auch alle noch ziemlich, ähm, ja, gute Fitnesswerte haben im Moment. Noch gut Luft, auf jeden Fall. So, mal sehen, was er jetzt macht. Spiel den Ball kurz, aber, ja, auf den zweiten Innenverteidiger hier. Also spielt hier sehr oft flach bei den Freistößen auch. Und bei den Abstößen. Ähm, ja. Ja, habe ich auch schon einmal den Ball abgefangen, fast wie gesagt. Jetzt hier nochmal mit dem Schuss. Und da geht er natürlich auch rein. Ja, Raul Merelesch mit dem 3-2 hier. Ähm, ja. Den Grund möchte ich jetzt nicht nochmal sagen. Ich denke, ich wüsste ja jetzt schon. Ich hoffe, dass das Spiel einfach gleich vorbei sein wird. Ähm. Ja, was soll ich hier noch so Großes machen? Ich kriege hier nochmal den Freistoß, glaube ich, anscheinend. Ja. Ja, Joe Moutinho kriegt hier nochmal die gelbe Karte. Mal sehen, vielleicht geht hier noch irgendwas bei uns. Aber ehrlich gesagt, äh, glaube ich's nicht. Jetzt Gündo an hier vielleicht nochmal mit dem Schuss. Aber der Torwart hält stark. Rui Patrizio hier stark mit den Armen noch da. Wehrt den Ball gut zur Ecke ab. Und dann kommen wir, denke ich, nochmal mit Götze die Ecke machen. Vielleicht wird es ja nochmal so gut wie mit Lewandowski vorhin. Ne, diesmal ist der Torwart gut da. Die Ecke auch nicht so besonders gut getreten von Götze. Hier macht Joe Pereira das gut. Lässt mich im Leeren stehen, sozusagen. Ah, den Ball hätte ich ja ahnt. Und dann wollte ich eigentlich schon direkt abfangen. Gündo an jetzt hier auf Reus. Der direkt wieder auf Gündo an und der wieder auf Reus. Schwingen wir mal auf Schmelzer direkt. Schwingen wir mal auf Götze, nee, auf Lewandowski. Schwingen wir mal auf Götze auf Lewandowski. Und der... Ah, ja. Der Torwart kommt gut raus. Hätte ich natürlich jetzt auch besser machen können. Und den nochmal am Torwart vorbeilegen können. Beziehungsweise dafür hätte ich natürlich früher schießen müssen. Aber wie ihr es wahrscheinlich merkt... Wie ihr wahrscheinlich merkt, ähm... Rätet sich das Spiel mich ganz komplett auf. Ich kann auch keine wirkliche, äh, Freude vermitteln hier. Ich kann ja auch, wer jetzt so nicht künstlich einfach, ähm... So tun, als würde es mir gefallen hier das Spiel. Das ist einfach scheiße. Und das kann man jetzt nicht sagen. Ich spiele vielleicht nochmal lang hier auf Gündo an. Der kommt gut durch, aber ja... Wird ja nochmal im letzten Moment nochmal vom Ball getrennt. Jetzt denke ich, wir wechseln wir auch nochmal aus. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Würde ich sagen. Ich frage jetzt nur, wen wir reinbringen. Ja, ich denke, Schahin wird reinkommen für Bender nochmal. Nochmal ein bisschen offensiver, denke ich, die Variante. Bender ja, wie gesagt, eher der defensivere Mann. Und, ja, Schahin auch. Ein ähnlicher Spieler wie Gündo an hat ja früher, ähm... Ja, eine Rolle wie Gündo an als Beiverteiler übernommen. Wo er noch bei Dortmund gespielt hat. Jetzt spielt er wieder hier. Mal sehen, wie es laufen wird. Also, ja, eigentlich kann es ja nicht gut klappen. Mit beiden. Gündo an und Schahin spielen eigentlich ja fast die gleichen Positionen. Äh, ja. Ich meine natürlich, gleiche Spielstiele auf jeden Fall. Beides Beiverteiler. Beides, ähm, Aufbauspieler. Und, äh, ja, in FIFA denke ich, ist es nicht so das Problem. Aber in echt denke ich, würden die beiden nie zusammen spielen können. Auch wenn es beide sehr, sehr gute Spieler sind. Hier nochmal von Bender jetzt hier nicht auf Reus. Ja, das spielt natürlich nochmal auf Lewandowski. Gucken wir mal, ob wir uns durchsetzen können. Das sind hier nochmal vielleicht drauf, aber... Ja, das ist natürlich dann noch ein bisschen Verzweiflung jetzt, was ich da versuche. Ich habe das Gefühl, hier wird nicht mehr wirklich viel passieren. Für mich zumindest nicht. Gehen wir noch was schön dazwischen mit Schmelzer hier. Ja, und jetzt kommt, erfolgt der Wechsel nochmal. Ben da raus, Schahin rein. Mal sehen, ob Schahin nochmal ein paar Impulse... Äh, Impulse, genau. Impulse aus dem defensiven Mittelfeld geben kann. Ich hoffe es natürlich, aber... Wie gesagt, äh, irgendwie... Habe ich in diesem Spiel nicht wirklich ein gutes Gefühl. Einfach aus dem Grund, äh, dass ich irgendwie nicht sonderlich motiviert mehr bin. Leandowski hier setzt sich nochmal schön in den Gegenspieler. Passt nochmal auf Reus. Der macht eine Schusstäuschung hier. Gucken wir mal, was mit ihm geht. Ah, schade. Wird ihm leider der Ball abgenommen. Waschkowski nochmal schön hier mit dem Ball. Ich bin nochmal schön auf Götze. Ah, Leandowski hier leider. Ähm, braucht zu lange für die Ballkontrolle oder, ja, so Ballmitnahme. Und damit ist der Gegenspieler noch da. Und hier überläuft mich Verin ja einfach. Hummels ist natürlich jetzt auch nicht der Schnellste. Hier fast das 4 zu 2. Kann ich gerade noch so eben, ähm, ja, retten, sag ich mal. Einfach nochmal klären. So, jetzt vielleicht nochmal Leandowski nochmal auf Götze. Noch mal auf Leandowski. Aber der Pass kommt ja auch nicht mehr an. Ähm, der Spieler ist natürlich auch gut im Weg. Aber, ja, wie gesagt, mir fehlt jetzt die Motivation hier jetzt noch ein 3-3 zu schießen. Ähm, ja, müsst ihr mir leider verzeihen jetzt. Nun kann ich nichts machen. Ja, man sieht's hier also. Was soll man dann noch machen? Wie gesagt, also das Spiel nervt mich gerade richtig. Ich bin glücklich, wenn's vorbei ist, ja. Verliere ich halt 3-2. Ist mir auch irgendwie egal. Ähm. Ja. Müsst ihr mir verzeihen, also. Ähm. Ja. Ihr merkt's ja selber, wie gesagt. Ich versuche ganz normal zu spielen, aber dadurch, dass es einfach so langsam läuft und so, ähm, ja, ruckelt die ganze Zeit, so stückweise eigentlich einfach nur abläuft, finde ich, kann ich hier nicht wirklich gut spielen. Und auch meine Leistung nicht abrufen, hier. Hier, Blaschikowski nochmal mit einer schönen Balleroberung. Können wir das Spiel vielleicht nochmal schnell machen. Ähm. Ich schaue ihn jetzt hier mit dem ersten Ballkontakt gefühlt, zumindest. Reus, hier lässt nochmal zwei Gegenspieler stehen. Aber da kommt mir auch einer sehr stark hinterher, müssen wir nochmal abbrechen. Hier geht's ja nochmal mit einer schönen Ballstaffette. Und wir gehen nur an, jetzt nochmal hier auf Blaschikowski. Ah. Und da ist Bruno Alvesch natürlich auch gut da. Und damit ist das Spiel jetzt vorbei. Gott sei Dank. 3-2 verloren, aber. Wie gesagt, das ist mir jetzt auch relativ egal. Ähm. Hauptsache, das Geruckel ist vorbei. Und, ähm, wir müssen hier nicht mehr so ein Scheißspiel ertragen. Ich hab das Gefühl, jetzt die Folge ist auch ein bisschen länger geworden. Also noch länger. Aufgrund dieser langsamen Spielart einfach. Und das Spiel ist einfach noch viel langsamer fortgeschritten als sonst. Und damit, ähm, ja, konnten wir auch nicht wirklich gut spielen. So, hier, ähm, das ist nicht so wichtig. Und ja, damit, äh, beende ich die Folge jetzt hiermit. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen, äh, trotz diesem, ähm, sehr, sehr unglücklichen Spiel, ähm, das ich jetzt eben gerade geführt hab. Ähm, ihr habt trotzdem immerhin ein bisschen, äh, ja, noch verstanden, was ich an Dortmund so gut finde und was halt auch einfach die Stärken der Mannschaft sind. Und, äh, ja, wer was kann. Und damit, ähm, beende ich diese Folge. Und, äh, ja, wie gesagt, lasst gerne noch mal ein Like da. Ich würd mich freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat natürlich. Und, ähm, sonst natürlich auch weiterhin in den Kommentaren posten, was, ähm, ja, was für Mannschaften ihr noch sehen wollt. Also, welche Mannschaft ich jetzt nächstes vorstellen soll. Und, ja, damit, ähm, sag ich bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, schönen Tag noch und haut rein! Irgendwann. Vielen Dank.